Bringen Sie Musik in Ihre Geldbörse. Lassen Sie mal so richtig Ihre Kasse klingeln. Denn ich zeige Ihnen hier eine Möglichkeit, wie Sie ohne großen Kostenaufwand schnell zusätzlichen finanziellen Mitteln kommen. Hätte ich früher von diesem Patentrezept gehört, hätte ich sofort zugegriffen. Denn einfacher und leichter kann man wirklich kein Geld verdienen. Stöhnen Sie mir nicht die Ohren voll über zu wenig Geld in der Kasse. Ergreifen Sie einfach die Chance zum Superprofit. Und schaffen Sie sich in kürzester Zeit weitere Geldeinnahmen. Mit meinem Ratgeber Superprofit mit Hörbüchern können Sie sofort beginnen und durchstarten. Dabei kommt es gar nicht auf 100% Perfektion an. Sie müssen nur ordentlich Arbeit abliefern. Und wie Sie ohne großen Aufwand bei sich zu Hause solch ordentliche Hörbücher erstellen können, habe ich in meinem Ratgeber für Sie beschrieben. Diese Anleitung können Sie ganz einfach nachvollziehen. Immer wieder aufs Neue begeistern mich die Rückmeldungen meiner Leser, wenn sie mir erfreut berichten, wie fantastisch die Methoden und Techniken aus dem Buch Superprofit mit Hörbüchern bei Ihnen funktionieren. Selbst Zeitgenossen, die vorher äußerst schwach auf der Brust waren, können aufatmen, weil ihnen die wirtschaftliche Sonne wieder lacht. Bis in die Gehörgänge hinein. Es ist immer wieder Musik in meinen Ohren, wenn mir Leser des Buches Superprofit mit Hörbüchern am Telefon in etwa das erzählen. Herr Rademacher, woher nehmen Sie nur immer die guten Ideen? In dem Hörbuch-Ratgeber haben Sie mal wieder gezeigt, dass Geld verdienen wirklich nicht schwer ist. Nach etwas über sechs Wochen habe ich mit der von Ihnen vorgeschlagenen Werbung und nach Ihrem System den ersten Auftrag, ein Hörbuch zu erstellen, erhalten. Das Gute daran, dass ich mit einem 0815-Mikrofon und meiner alten Computerkiste mit Soundkarte einfach losgestartet bin. Ich wusste gar nicht, dass mein altes PC-Mörchen wirklich eine solch gute Tonqualität für Hörbücher hergeben würde. Und vor allem Dingen, die Tipps, wie man die Bezahlung schnell regelt, haben mir dabei geholfen, dass ich schnell neue Einnahmen hatte. Und nachdem ich ordentliche Arbeit abgeliefert hatte, habe ich vom gleichen Auftraggeber schon den nächsten Auftrag bekommen. Und jetzt habe ich sogar schon das Geld, um mir einen besseren Computer zulegen zu können. Nochmals vielen Dank dafür. Ja, ja, da bin ich immer ganz ohr und total begeistert. Vielleicht ist das auch der Grund gewesen, warum ich immer ohne Zukunftsangst und mit Geld in der Tasche gut gelebt habe. Eben, weil ich einfach Geldmach-Ideen umgehend und ohne Zögern umgesetzt habe. Sie suchen Zusatzeinkommen oder wollen Ihr Einkommen ohne großen zusätzlichen Aufwand aufstocken? Dann kann ich Ihnen nur empfehlen, setzen Sie die Methoden und Techniken aus meinem Spezialratgeber Super Profit mit Hörbüchern ohne großen Kostenaufwand um. Was machen die meisten Menschen, die ihre Einnahmenquellen verbessern wollen? Sie suchen Beschäftigungen in der näheren Umgebung. Selbst wenn Sie schon für die Hin- und Herfahrerei erhebliche Zeit aufbringen müssen. Bitte tun Sie sich diesen Stress nicht an. Dank dieses Spezialratgebers brauchen Sie noch nicht einmal Ihre Pantoffeln oder Puschen auszuziehen, um Geld zu verdienen. Auch werden Sie sich niemals über mickerigen Mindestlohn Gedanken machen müssen. Denn bei der Geldquelle, die ich Ihnen hier zeige, springt mehr Stunden nun heraus, als eine Supermarktverkäuferin nach Hause trägt. Und die muss zudem noch morgens um 6 Uhr pünktlich an ihrem Arbeitsplatz erscheinen. Deshalb empfehle ich Ihnen, greifen Sie zu. Denn nur wer die Gelegenheit nutzt, genießt anschließend auch den finanziellen Erfolg. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Oder auf dem YouTube-Kanal. Unterhalb dieses Videos, der Link führt Sie direkt dorthin. Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher.